Was ist dahinter geh'n? Oh nein! Feuerschutz auf jeden Fall. Okay, boldface. Unbewaffnet. Hätte alleine keine Chance. Okay. Okay. Okay, marsch, marsch. Ja, immer diese Schimpfwörter. Boah, das ist echt übel manchmal. Nee, nee. Ich hab' dich nicht vermisst. Vodka, du bist echt... Bisschen irre, bist du. Dieses Lachen am Anfang war schon richtig bisschen... Bisschen, äh, strange. Hey, boldface, komm. Ach, das wollte ich doch gar nicht da hin, läuft jetzt zu. Hey. Die Justiza schaut sehr gut aus. Das müsste uns auf jeden Fall gut voranbringen. Evakuierung und Abflug. So schnell kann das gehen. Oh. Deal erfüllt. Ich bin gespannt, was wir jetzt für Infos bekommen. Äh, Nordsteam. Gut, Flagge. Okay. Werkstatt. Saboteurkonditionierung. Uh, geil. Verbesserte Grundstückverträge. Feldkommunikation. Na, leck mich am Fuß, ey. Ganz schön. Miniatur Unterleibssprengstoff. Krass. Okay, erstmal das Kleine. Äh, machen wir das. Ist okay. Okay, äh, Crewquartier. Wodka. Stufe 20. Der ist ja richtig, geht ja richtig ab. Dann verpassen wir mal ein bisschen Training. Richtig gut equipped mittlerweile. Justizia. Den können wir auch bearbeiten. So, sehr gut. Krankenstationen fehlen. Unterwegs. Attitüde. Alles klar. Hier sieht's gut aus. Der produziert gleich was. Fälscherstube ist... Top. Oh. Aufgeflogen. Neue Identität auf jeden Fall. Ähm. Wodka. Auch eine neue Identität. Und Nachruf ist auch aufgeflogen. Ähm. Hier komm. Bist mal so einer. Bist jetzt indisch. So. Du bist jetzt ein Inder. Alles klar. Die müssten jetzt wieder fit sein. Alles klar. Die müssten jetzt wieder fit sein. Krankenstationen. Die arbeiten. Werkstatt. Da ist irgendwie noch... Oh, wir können jetzt mehr entwickeln oder was? sehr geil. Sehr geil. Äh. Anderes Upgrade im Gange. Analysezentrale. Analysezentrale. Da haben wir gar keinen. Labor. Was haben wir denn da für Möglichkeiten? Ralloxophin. Robia. Volta. Volta. Alles klar. Sind soweit alle fertig? Ähm. Samurai. Quarz. Wodka. Helion. Schreien. Haben wir nicht irgendwo einen Samurai-Typ gehabt? War da nicht was? 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 Da war doch irgendwie was, ne? Hm. Okay. Wir gucken nochmal an die Pinnwand. Ähm. Ja. Okay. Die Spurarmee. Ah. Operation Notstern. Können wir fertig machen. Trommler und Machthaber. Himmel. Hilf. Boah. Alter. Wie viele Akten sind denn das? Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Jetzt mal langsam. Ähm. Bicontour. Das haben wir doch auch irgendwo schon gesehen. Wir haben so viel Zeugs hier. Oh Gott. Oh Gott. Das passt schon mal. Koffermann. Tana. Brunnen. Äh. Stallungen. Alter. Doch. Stallungen geht. In die Richtung. Jetzt die Tadelle. Bicontour. Was ist doch Bicontour? Boah. Da irgendwo was rumliegen. Dann ist mal ein bisschen aufdröseln. Obacht. Organisation. Unitär. Cobra bis. Fiasko. Wunderband. Wunderband. Wunderband ist hier. LX. So. Was haben wir hier? LX schießt mich tot. LX 09. LX 09. Das ist da unten. Äh. Bereitschule. Paragraph. Zitadelle. Bei Contour. Ich hab noch nicht gefunden wo es passt. Hallo Holunder, Trommelan, Drohbrief, Nachtwache, Gott, oh Gott, oh Gott. Flieger, Hannes, Trommelan, Nachtwache, ey, es ist so viel Zeugs. Die Trommelan, das passt schon mal da hin. Das passt da oben hin. Holunder passt da hin. Obrabis, Regenrinne, Zweitsemester, Regenrinne, das habe ich doch auch schon irgendwo gelesen. Hier ist, das gehört noch da mit ran. Breitspur, Nachtwache, Pressegang, Machthaber, Machthaber habe ich da auch schon irgendwo sehen. Nachtwache, Nachtwache, Nachtwache und Nachtwache, ist da Regenrinne, ist da hinten. Amateur, Schubrunen, Wasserung, Breitspur, Spiegelsee. Ah, da oben. Leslie, der Brunnen, der Brunnen. Man muss halt ein bisschen gucken, aber nur kurz oder lang wird sich das aufdecken. MK-Ultra, Spiegelsee mal wieder, Zweitsemester, Flutebene, Shogun, okay. Shogun haben wir hier oben. Zweitsemester habe ich auch gelesen, ist hier. Spiegelsee ist da. Die Flutebe, äh Ebbe, Flutebe, die haben wir noch nicht. Okay, nächste Aktion, äh, die Hälter im Hof, Fliegern, Körnigkeit, 17 Infos von blablabla. Ständigen Bitten, Bildqualität verbessern. Hallo. Golfplätze. Körnigkeit. Fahrzeug als 17. Irgendwas fehlt noch. Bis ins Gebiet, ständige Bitten, Bildqualität, Luftaufnahmen schlage ich vor. Ausnahmsweise Agenten. Rot-Schwarz, okay. Also, Golfplatz. Was ist das? Wo geht denn das wieder nicht? Der Golfplatz ist doch hier der Golfplatz. Hallo, worum gehst du nicht? Ach, da unten. Hier haben wir nämlich noch einen, oh mein Gott. Alter, wenn du dir das alles so anguckst, hier ist wirklich eine Menge Zeugs dabei, ne? Das ist echt übel. Rot-Schwarz, Flieger. Kommt da hin, aha. Aha, aha, aha. Fertig. Okay, wir haben neue Sachen bekommen. äh, Clionphenyl. Unterdrückte Präparate Anadrol. Haben wir noch gar nicht. Haben wir noch gar nicht. Werkstatt, ja. Haben wir grad keinen freien Agenten. Okay. Sabotiere die Kommunikationsanlage, um Flug KAL 007 zu retten. Angriff in Sakhalin. Okay. Wir gehen rein. Ausrüstung ist soweit okay. Außer er hier. Buster. Buster, die Ausrüstung ist noch nicht in Ordnung. Gummigeschoss, um Gottes Willen. Vergiss es. Haben wir noch was besseres für dich? Ah, du kommst mit. Du bekommst den und du bekommst den und du bekommst eine bessere Panzerung. Und natürlich nehmen wir einen Dietrich mit und eine getarnte Mine bekommst du auch. Das ist in Ordnung. Deadpan. Hier, die Ausrüstung gefällt mir auch noch nicht. Die Knarre. Äh, du bekommst mal das RP 15 oder 14 besser gesagt. Ne, du Schweropanzerung. Das passt schon. Das ist okay. Okay. Die sollen ja ruhig alle Erfahrungen sammeln. Oha, sieht ja echt krass aus, ne? Deadpan jetzt mit der Ausrüstung. Richtig heftig. Ausrüstung. Was kannst du? Du hast die mittlere Panzerung. Und so. Okay, da fehlt sonst glaube ich ein bisschen an Ausrüstung. Und so. 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 Und so.